Liebe Kunden, herzlich willkommen bei der Firma Transpac Grumbach. Heute stelle ich Ihnen unser Produkt Stapelschutz für Paletten vor. Oder wie es auch umgangssprachlich genannt wird, Palettenhütchen. Sie sehen hier dieses Produkt von mir. Es ist eine Wellpapp-Stanzverpackung, die vollflächig rot bedruckt ist. Sie hat zwei Texte, einmal in deutscher und in englischer Sprache und hat hier auch noch diese Piktogramm-Abbildung. Wie wird nun dieser Stapelschutz eingesetzt und angewendet? Sie nehmen sich dieses flachliegende Teil von der Palette, falten es hier zu einem Dreieck und verschließen es hier mit dieser Verschlusslasche. Sie setzen dieses Teil auf die Palette oben auf, nehmen Ihr Umreifungsband, fahren durch diese vorgefertigte Ausstanzung hindurch und können somit dieses Palettenhütchen oder diesen Stapelschutz auf der Palette fixieren. Diesen Stapelschutz gibt es einmal in dieser Länge und daneben auch noch in dieser dreifachen Länge. Wenn Sie überdimensional lange und große Paletten haben, ist das genau das Richtige oder das Geeignete. Oder Sie können es natürlich auch für normale Euro-Paletten verwenden, indem Sie hier auch noch die Möglichkeit haben, an dieser vorgefertigten Perforationslinie sind hier und hier, können Sie dieses Teil auseinanderbrechen und Sie haben insgesamt drei kleine Teile wiederum. Das sind die beiden Ausführungen, kurz und lang. Diesen Stapelschutz für Paletten gibt es auch noch in einer weiteren Ausführung und Variante, nämlich in einer selbstklebenden Ausführung. Beide Längen, sowohl die kurze als auch die lange Ausführung, wie gesagt mit dieser Selbstklebe-Variante. Sie ist besonders anwendungsfreundlich und einfach. Sie nehmen dieses Schutzpapier, ziehen es von dem darunterliegenden Kleber ab und drücken einfach dieses Palettenhütchen fest auf die Palettenoberseite und das Ganze ist fest fixiert und angebracht. Diese selbstklebende Ausführung gibt es auch noch in einer weiteren Variante. Auch wieder selbstklebend, wie gesagt, allerdings jetzt nicht in rotem Druck, sondern weiß mit rotem Druck und hier auch noch zusätzlich in einer sehr, sehr stabilen doppelten Wellpappenausführung. Das sind diese verschiedenen Varianten, die wir für Sie haben. Sollten Sie noch Fragen zu diesen Produkten haben, können Sie wie jederzeit kostenlos bei uns auf der 0800-Nummer anrufen. Unsere Mitarbeiter sind gerne bereit, Ihnen Fragen zu diesen Produkten zu beantworten und zu klären. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.